Nein! Oh, LOL! 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 Die Creep-Animationen bei mir, das sind keine fliegenden Kügelchen wie es sonst mal sind. Bei mir fliegen Flash-Zeichen durch die Gegend. LOL! 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 Das ist mir schon ein paar Mal passiert. Dass da Flash-Zeichen geflogen sind? Ja. Aber die Dinger sind größer als die Minions selbst. Oh, nee, ey. Der scheiß Teric, alter. Ey, das ist voll nervig. Ja. Ich sehe mich schon ein bisschen aus. Ja. Ja. Ja.